Was wir hier seit drei Jahrzehnten machen, ist den Westen nachzuspielen. Wir haben unsere eigene DNA übersehen. Der Osten will den gleichen Anteil an der Macht haben, also auf politischer, wirtschaftlicher Diskursebene. Und es war so, dass es in der Schule eben nur um DDR und Stasi und Widerstand ging und es beginnt langsam ein Bewusstsein dafür, dass da noch mehr ist. Untertitelung des ZDF, 2020